So, dann wollen wir noch mal ein bisschen mit den Admiräern reden. Talizora und ihr Vater sind außer Kontrolle geraten. Sie tragen beide die Schulter ran. Ja, ja. Und wir haben schon gemerkt, oh ja, Karl Riga, den kennen wir ja schon aus der Mission, als wir Talizora rekrutiert haben. Das war der Käpt'n, den wir gerettet haben. Wir haben schon gemerkt, hier Admiral Xen, der steht Talizora gegenüber etwas kritisch da. Aber wir werden noch sehen, warum das so ist. Das hat auch mit ihrem Vater zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Talizora, sind Sie angesichts der Umstände sicher, dass ein Gespräch mit mir angemessen ist? Nicht so schlüppig. Ich suche noch Informationen über die Alarai. Ich habe nicht vor, Sie mitten auf dem Platz zu bestechen, Admiral. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Commander Shepard. Wir sind Ihnen nach Ihren Aktionen gegen die Gath zu großem Dack verpflichtet. Talizora hat mir geholfen. Ohne Sie hätten Saren und die Gath uns alle vernichtet. Ihre politischen Manipulationsversuche sind zu offensichtlich, Commander. Und zudem unnötig. Wenn Sie und Ihr Vater wirklich mit aktiven Gath-Subjekten experimentiert hätten, wären Sie schlichtweg Idioten. Wozu also Ressourcen bei einem Prozess verschwenden? Und wenn nicht, haben wir es mit einem tragischen Unfall bei der Arbeit für ein höheres Ziel zu tun. Auch in diesem Fall wäre kein Prozess von Nöten. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur wenig. Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen aufgefangen, bevor die Gath alles... Um ein Schiff zu übernehmen, muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein. Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen. Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben. Ich habe nur Einzelteile geschickt und daraus lassen sich niemals so viele Gath zusammensetzen. Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein. Ja, zumindest im Admiralitätsrat. Han Garrod sieht nur einen Feind, der zerschmettert werden muss. Zal Corris würde am liebsten wegrennen und sich in einer neuen Kolonie verstecken. Und Sharla Rahn kann sich nicht entscheiden. Ich hatte gedacht, Ryle würde zu Han halten. Aber wenn er wirklich mit aktiven Gath experimentiert hat, haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen. Wenn wir Ryle nicht liebend auf der Alarai finden, was wird dann wohl Ihrer Ansicht nach passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt sich. Han verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg. Das würde für Frieden sprechen, weil Sharla Rahn viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren. Aber wenn der Admiral, der Ryle ersetzt, mir zustimmt, könnte das Ganze ziemlich aufregend werden. Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Ryle hat sich für seine Experimente an Gath nicht schuldiger fühlen müssen, als ich früher bei Operationen an Kinderspielzeug. Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral. Ein Schiff fliegt schneller als ich. Richtig programmiert kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen. Aber es ist trotzdem nur eine Maschine. Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen. Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrotten. Ihre Ansichten über solche Spiele scheinen hier eine Minderheit. Ich mach das mal weg. So, das hier ist noch interessant. Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich da nicht befreien? Damit das alte Schlachthaus Herrn Garrel und der feige Saar Chorus den Kurs vorgeben können? Sicher nicht. Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Zora nur am Rand zu tun hat. Nichts für Unmut. Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Ryle etwas Brauchbares über die Geffin-Erfahrung gebracht hat? So ist es. Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen. Wollen Sie neue V.I.s erschaffen? Nein, Tali Zora. Ich möchte die Geff wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianern. Sie sind verrückt. Ein ambitioniertes Ziel, muss ich sagen. Danke für die Information. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander. Call Riga. Shepard, Tali Zora, schön, Sie beide zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären etwas angenehmer. Was haben unsere Aufzeichnungen ergeben? Wirklich schlimm. Es ist genau wie Sie sagten. Die Sonne hätte sich auf Haystrim keinesfalls so verhalten dürfen. Die Theorie über die dunkle Energie stimmt also? Das ist beunruhigend. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen, Ma'am. Ich werde fürs Schießen bezahlt. Was tun Sie an Bord der Ria? Klingt, als hätten Sie Ihren Bericht bereits bei der Admiralität abgeliefert. Ich bin geblieben, um zu den Vorwürfen gegen Tali Zora Stellung zu beziehen. Ich habe mit ihr gedient und sie hat etwas Besseres verdient als das hier. Danke, Call. Ich sag nur, wie es ist, Ma'am. Hatten Sie Glück und konnten beim Admiralitätsrat vorsprechen? Admiral Rahn wollte meine Meinung über die Geth hören. Ich ja auf Haystrim gegen Sie... Sie und Admiral Garrel hoffen, dass Sie einen Haufen Geth töten, um die Menge auf unsere Seite zu ziehen und dann Beweise finden, um Ihren Namen reinzuwaschen. Sie haben gezögert, aber Ma'am, Sie hatten kaum andere Optionen. Ich habe empfohlen, Sie auf die Allerai zu schicken. Ich hoffe, Sie kommen damit klar. Sie haben das Richtige getan. Danke. Sie sagten, Ihre Mission hätte etwas mit dunkler Energie zu tun. Richtig. Erinnern Sie sich an diese verdammte Sonne auf Haystrim? Hat alles lahmgelegt und viel zu stark gestrahlt. Die Sonne wird alt. Aber das stimmt gar nicht. Dunkle Energie. Sie reduziert die Masse im Inneren des Sterns und verwandelt ihn vorzeitig in einen Gasgiganten. Die Techs machen sich Sorgen. Glauben Sie, die Geths sind dafür verantwortlich, was mit der Sonne von Haystrim passiert? Kehla, hoffentlich nicht. Wenn Sie einen Stern manipulieren können, sind unsere Chancen im Kriegsfall noch schlechter, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass es die Geths sind. Um einen Stern in dieser Weise absichtlich zu beeinflussen, bräuchte man viel Zeit und jede Menge Ressourcen. Für eine Waffe ist es nicht effizient genug. Und nicht mal die Geths würden ein Sternensystem zerstören, das sie noch brauchen können. Außerdem sind sie erst wieder aufgetaucht, als wir auf der Bildfläche erschienen sind. Ha, hoffentlich haben Sie recht, Ma'am. Die synthetischen Mistkerle sind schon jetzt schlimm genug. Was bedeutet diese Zunahme der dunklen Energie? Müssen wir deswegen beunruhigt sein? Tut mir leid, Scherbert. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Wissenschaftler sind jedenfalls beunruhigt. Hoffen wir mal, dass es sich um ein isoliertes und seltenes Phänomen handelt. Wenn dunkle Materie eine Sonne destabilisieren kann? Vermutlich muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen, aber die Ressourcen in der Galaxie sind schon knapp genug, ohne dass plötzlich Sterne sterben. Manchmal glaube ich, mit der Flotte rumzufliegen, ohne einen eigenen Planeten zu haben, ist wirklich die beste Lösung. Wie geht es Ihnen, Regan? Sie mussten ja auf Hestrom ganz schön was einstecken. Der körperliche Schaden hielt sich in Grenzen, aber ich lag eine Woche lang mit einer Infektion flach. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ich muss jetzt nicht diesen Admiralen gegenüber treten. Mit so einem Immunsystem sind die Quarianer im Krieg schwer benachteiligt. Sie verlieren mehr Leute durch Infektionen als im eigentlichen Kampf. Einen Frontalangriff können wir uns nicht erlauben, das steht fest. Wir müssen es klug anstellen. Idealerweise aus dem Orbit. Wir haben jede Menge Antibiotika. Es ist ja nicht so, dass uns ein einziger Schuss gleich umbringt. Nein, Shepard hat recht. Sie haben nur unsere Spezialeinheiten gesehen, Tali. Die Frontsoldaten sind lange nicht so gut ausgerüstet. Und wenn dann noch der Nachschub abreißt, wird's schnell ziemlich übel. Wir sollten jetzt gehen. Viel Glück auf der Aloray. Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was es mit dem Planeten bei Haystrim auf sich hatte. Das ist mir nicht mehr so ganz klar. Klingt aber natürlich schon nach einer argen Manipulation und auch irgendwie nach den Reapern. Aber vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Ich weiß es nicht mehr. Shepard? Wie kommen Sie denn auf die Raya? Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen. Ach ja, davon habe ich gehört. Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft. Nein, Vito. Ich würde die Flotte niemals gefährden. Oh, das ist gut. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte zumindest fragen. Sie haben mir auch geholfen. Tali könnte jetzt Freunde brauchen. Wären Sie dazu bereit, den Admiraln zu erzählen, wie sie Ihnen geholfen hat? Nein, das heißt ja, aber das habe ich schon getan. Sie haben mit mir gesprochen, aber vor viele Leute will ich nicht treten. Vito geht es gut, aber für einen Auftritt in der Öffentlichkeit ist er noch nicht bereit. Ich habe mit ihm geredet, genau wie dieser Soldat Carl Rieger. Wir haben erzählt, wie sie uns geholfen haben. Hoffentlich hat es was bewirkt. Das hat es bestimmt, Vito. Danke. Erinnern Sie sich noch an die Kollektoren? An irgendetwas? Nichts Neues. Tut mir leid, jedes Mal, wenn ich im Geist dorthin zurückgehe, dann... dann... Vito, kommen Sie zurück. Alles in Ordnung. Tut mir leid, Tali, Commander. Ich will ja helfen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts gesehen und woran ich mich erinnere... Keine Sorge, Vito. Wir finden die Dinger, die dafür verantwortlich sind. Und wir werden sie beseitigen. Gut. Vielen Dank. Achten Sie auf sich, Vito. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß, bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Ja, Vito haben wir ja auf Horizon getroffen und... Naja, ich will nicht sagen gerettet, sondern er war ja derjenige, der die Max eingeschaltet hat, die dann auch Talis Team umgebracht haben. Äh, und wir haben ihn dann mit Tali mitgehen lassen. Ich mag das, mit ihm zu reden, weil das zeigt, dass die Quarianer auch sehr menschliche Züge haben eigentlich. Also, dass sie auch einen Charakter haben. Und, äh, also generell, finde ich, merkt man hier ziemlich gut, dass unter den ziemlich gleich aussehenden Oberflächen doch auch Individuen stecken. Das haben sie ganz gut hingekriegt, die Charakterzeichnung hier. Auch von solchen... Ja, äh, auch von solchen Nebencharakteren wie Vitor. Auch die Körpersprache, wie er dann so auf der Stelle rumgehüpft ist und nach links und rechts geschaut hat, fand ich schön. Er ist halt ein sehr nervöser Kerl und hat jetzt auch einen kleinen Knacks weg nach dem, was er erlebt hat. Tali, willst du nicht mitkommen? Doch, schön. Gut, hier unten ist gar keiner. Das heißt, wir reden nochmal mit Shalaran und dann kann es, glaube ich, losgehen. Du hast mich hintergangen, Shala. Du hast Captain Denner angewiesen, nichts zu sagen, damit ich erst beim Prozess erfahre, dass mein Vater tot ist. Warum? Die Admirale mussten den Schock in deiner Stimme hören, Tali. Sonst hätten sie deinen Versuch nicht genehmigt, die Allerweite zurückzuerobern. Das ist deine beste Chance, Beweise zu finden, die dich entlasten. Es tut mir leid. Großartige Rücksicht können wir uns nicht leisten, Tali. Ich weiß, dass Sie versuchen, ihr zu helfen, Admiral. Aber das ging etwas zu weit. Es tritt sonst niemand mehr für Sie ein, Shepard. Ich tue bereits alles, was in meiner Macht steht. Ihr Vater hätte das auch gewollt. Sag doch sowas nicht. Er könnte auf dem Schiff immer noch am Leben sein. Sie sollten bald zur Alarai aufbrechen. Möchten Sie noch etwas wissen? Was können Sie uns über die Alarai sagen? Nicht viel, fürchte ich. Ryle Zora hat nur gesagt, dass er eine neue Verteidigungstechnologie erforscht. Mir hat er nur gesagt, dass er jedes Geth-Teil brauchen könnte, das mir in die Finger fällt. Ich habe vermutet, er hat Waffen an Geth-Komponenten getestet. Wir wussten nichts davon, bis die Alarai ein Notsignal sendete. Dann braucht der Kontakt ab. Wir wussten nicht mal von den Geth, bis unser Bergungsteam angegriffen wurde. Sie sagen also, es liegen keinerlei Daten darüber vor, was in dem Schiff vor sich ging. Genau das sage ich. Die überlebenden Marines haben in den Hallen Leichen gesehen. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Nein, das müssen wir nicht. Es ist eigentlich total traurig. Also die wissen nichts und haben trotzdem total voreilig eine Anklage gegenüber Tali erhoben, was eigentlich nur dafür spricht, dass dieser Prozess unglaubliche politische Motivation und eine Richtungsänderung beinhalten soll oder eine Richtungsweisung beinhalten soll, wo es uns mit den Quarianern geht. Es ist eigentlich mehr ein Machtkampf zwischen den Admiralen als eine tatsächliche Anklage und das ist richtig traurig. Wie lange kennen Sie Talis Familie schon? Das war noch bevor Rhal Admiral wurde. 25 bis 30 Jahre, schätze ich. Ich war bei Talis Geburt dabei. Ihre Mutter und ich hatten unsere Anzüge synchronisiert, damit wir im selben Freiluftraum sein konnten. Ich war danach eine Woche lang krank. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe Tali von ihrer Mutter genommen und in die Blase gesteckt. Sie hat geschrien wie am Spieß. Ich verstehe nicht. Sie stecken ihre Kinder in Blasen? Umwelteinheiten. Es ist ein Schritt zwischen dem Vertrauen auf das Immunsystem der Mutter und einem eigenen Anzug. Durch die Blasen können Eltern mit ihren Kindern sicher die Reinräume verlassen. Erst als Jugendliche tragen wir eigene Anzüge. Es gibt eine Feier, wenn ein Kind seinen ersten Anzug bekommt. Es gilt dann als Erwachsen. Ryle scheint in Talis Leben eher eine geringere Rolle gespielt zu haben. Das ist schwer zu erklären. Ich sollte nicht... Schon gut, Tante Shala. Keine Geheimnisse unter Kameraden. Ich glaube, ich habe Shepard von meinem Vater erzählt. Wenn du meinst. Ryle hatte sich ganz... der quarianischen Sache verschrieben. Ihm blieb kaum noch Zeit für seine Familie. Er wollte Tali und ihrer Mutter die Heimatwelt zurückgeben. Oder zumindest eine starke Flotte. Das war seine Art, seine Liebe zu zeigen. Ja, davon hat sie uns im ersten Teil schon erzählt, dass sie unglaublich unter dem Druck leidet, so einen wichtigen Vater zu haben, der ihr nie so richtig offen Liebe entgegengebracht hat, sondern halt immer auf eine sehr kalte und distanzierte Weise dabei gehandelt hat. Welche Art von Beweisen hat denn bei den Admiralen Gewicht? Tali, du hast zugegeben, dass du deinem Vater für dieses Projekt Gäfteile geschickt hast. Ja, aber nichts, was online von allein hätte zurückkommen können. Ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Dann besorge die Unterlagen über die Lieferungen und die Experimente. Du musst beweisen, dass du vorsichtig warst. Etwas, das beweist, dass alles nur ein schrecklicher Zufall war, den niemand hätte vorhersehen können. Wer sagt denn, dass es nur die zwei Möglichkeiten gibt? Es kann doch auch jemand anders daran schuld sein. Es schien unter den Admiralen noch andere Streitpunkte zu geben. Sie haben das bemerkt. In der Tat, die Präsenz der Gäfte macht die Angelegenheit ziemlich heikel. Der Admiralitätsrat will entscheiden, ob er sich auf die Entwicklung der Kolonien konzentrieren soll oder aber versuchen, die Heimatwelt zurückzuerobern. Du denkst an Krieg? Gegen die Gäfte? Ich nicht, Tali. Aber andere schon. Ich weiß, dass die Migrantenflotte gewaltig ist, aber selbst sie können es nicht mit dem Geld aufnehmen. Wir sind es müde, von Stern zu Stern zu ziehen, Shepard. Wir wollen unsere Welt zurück. Wir haben genug für unseren Fehler bezahlt. Ich sage hier nicht einfach meine Meinung. Ich tue Kult, aus welcher Richtung der Wind weht. Wir sollten weitergehen. Viel Glück auf der Al-Rai. Wenn jemand die Al-Rai zurückerobern kann, dann Tali Zorra. Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Al-Rai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück und erledige unterwegs ein paar Geld. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral, Herrn Garrel war es niemand. Sie haben Admiral Khoris ordentlich in die Schranken gewiesen. Es freut mich, dass Tali's Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Ich will nur Tali helfen, Admiral. Schön, dass das überhaupt jemand tut. Sie glauben doch, dass ich unschuldig bin oder nicht, Admiral? Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Können Sie mir etwas über die Al-Rai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein Paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Rael dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Gath. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral, mein Vater, Ihr Freund ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Charlotte dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Al-Rai bereits zerstört worden. So sieht's aus. Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die, die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zem. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Gath genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Rael's Forschung. Admiral Chorus ist der gleiche weinerliche Anzug-Scheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Chorus Politik also nicht einverstanden? Oder ist es was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Gath. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurück zu erobern. Jede Forschung in Sachen Gath macht ihn wütend. Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Sie und Talies Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaskar gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab. Zehn Mann Crew, sechs davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen. Rael und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl die Position zu halten. Aber Rael hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig, sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übereinander steuern, ich die Geschütze und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Rael. Es klingt als ging es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur Spaß Waffentests an den Gath durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Gath den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich weiß nicht Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Liebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen Teil des Volkes der nicht kämpft irgendwo unterbringen. Danke für die Informationen. Halte durch Kleines. Danke Admiral. Talia hat also durchaus auch noch Unterstützung unter den Admiralen und da drüben ist noch Admiral Chorus. Ich muss auch sagen, das ist natürlich eine wahnsinnig aufgeladene Debatte und es ist die Grundsatzdebatte unter den Quarianern wie mit dem Gath umzugehen und mit dem Schicksal das die Quarianer erlitten haben. Es ist ja schon mehrere Jahrhunderte her, dass sie vertrieben wurden von ihren Heimatplaneten und von den Gath und ja, natürlich sind da auch sehr festgefahrene Meinungen mit dabei entstanden. Also während Chorus eben der Meinung ist, neue Kolonien zu gründen, was ich verstehen kann, es ist ein sehr friedfertiger Plan und ganz strikt jegliche Erforschung der Gath ablehnt, was wiederum auch eine sehr festgefahrene Sichtweise ist, ist Admiral Garrel wahrscheinlich auch zusammen mit Talys Vater eher der Ansicht die zu bekämpfen und ist in der Ansicht wieder sehr strikt und sehr fest gefahren und die sehen dann dafür Chorus als Weichling und als Weinerling an, was wieder, also wie gesagt, das ist sehr aufgeladen das Ganze und letztendlich ist die Wahrheit wahrscheinlich eine Mischung aus beiden in der Mitte irgendwo, wie es eben immer so ist in sehr aufgeladenen politischen Konflikten. Angesicht ihrer Fähigkeiten eine Zuhörerschaft zu manipulieren Menschen, habe ich Tally einen Gefallen getan, indem ich was niemal von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Salkorris was Quip Quip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tally, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Ich finde Quip Quip gut, das gefällt mir. Können Sie mir etwas über die Allerai sagen? Nur dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Wenn wir alle zu überzeugen. habe keine aktiven Gäste auf die Allerai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff. Seine Crew hingemordet von lebenden Wesen. Voller Schmerz. Straft Sie Lügen, Tallysora. Haben Sie ein Schiff namens Quip Quip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bis Weilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie DeFrance oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Krip Krip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Was genau ist Ihr Problem mit meinem Crew Mitglied Admiral? Ich respektiere Tally sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Gath interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Die Gath haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Natürlich haben sie das, nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen. Und das ist eine sehr einsichtige Ansicht des Ganzen und vertrete ich ehrlich gesagt auch. Es ist letztendlich so. Also ich weiß gar nicht in wie fern das bisher klar geworden ist, wie genau die Story war bei den Gath künstliche Intelligenzen eingepflanzt. letztendlich war es so, dass die künstlichen Intelligenzen sehr begrenzt waren und nur wenig Speicher hatten. Allerdings war es so, wenn sich mehrere Gath zusammengeschlossen haben, konnten sie ihre Bewusstseine synchronisieren und haben dann quasi ein übergeordnetes Bewusstsein gebildet. Und je mehr das getan haben, desto intelligenter wurde dieses System, weil natürlich dann auch Spezialisierungen vorgenommen werden man konnte über komplexere Gedanken sinnieren und irgendwann musste man feststellen, verdammt, die Gath haben ein eigenes Bewusstsein, ein richtiges Bewusstsein entwickelt und sind damit eigentlich fast schon als lebendige Wesen anzusehen. Dann haben die Quarianer Angst gekriegt und wollten die Gath auslöschen. Natürlich haben die Gath in einem Selbsterhaltungstrieb dann den Kampf aufgenommen und haben sich verteidigt. Denn die Gath sind eigentlich nicht wirklich per se aggressiv und wollen eigentlich nicht unbedingt Leute töten. Ja, und dazu werden wir auch mehr im dritten Teil sehen. Also, ich muss sagen, die Gath, die kommen im ersten Teil natürlich als Kanonenfutter weg und sind dort dann die Ärsche sozusagen. Aber die Ansicht ändert sich dann vor allem im dritten Teil noch. Da wird es dann weitaus differenzierter betrachtet. Und ich muss sagen, ich unterstütze Admiral Corys Ansicht in der Hinsicht. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, was Talys Prozess angeht. Das ist richtig. Tally, ich zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Gath Co existieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für Talisora, das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Wir sollten weitergehen. Leben Sie wohl, Talisora. Alles Gute. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Talisora. Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. Tja, also wir sehen, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Han Gerrel und ihr Vater haben halt die Kriegstreiberei damit vorangetrieben. Natürlich ist Talisora auch davon beeinflusst. So sieht's aus. Und natürlich ist Talisora in ihrem Denken da auch beeinflusst, was das angeht. Aber ja, also natürlich sie folgt dieser Kriegstreiberei, diesen kriegstreiberischen Denken auch ein Stück weit, aber ich zu der Ansicht kommt irgendwo, dass die Gäften nicht nur zerstörerische Maschinen sind und das passiert noch. So, genau, also wir haben auch schon, der Vater ist genauso mit dran eigentlich, allerdings ist er natürlich mit auf dem Schiff gewesen und deswegen wird er nicht angeklagt, weil er als tot angesehen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Und ja, also wir haben schon so aus den Gesprächen mit raus gehört, es ist eigentlich viel wahrscheinlicher, dass der Vater daran Schuld trägt, dass die ganze Sache schief gegangen ist, weil Thali eigentlich ohne viel mehr zu wissen einfach nur dem Vater Einzelteile geliefert hat und es ist auf seinem Schiff passiert. Also ist es eigentlich total abwegig dafür Thali verantwortlich zu machen. Aber wir werden sehen, was rauskommt, wenn wir auf dem Schiff sind.